Hallo, Bella. Grüß dich. Was hast du gestern gemacht? Gestern bin ich am Morgen in die Stadt gefahren und habe zum Mittag im Supermarkt eingekauft. Und du? Ich habe den ganzen Tag mit Lisa gespielt. Ich bin am Sonntag mit dem Bus in die Stadt gefahren. Aber wir haben uns nicht getroffen. Schade. Heute wieder Deutsch. Mal gucken, was das Team von German-Meines-Deutsch.com diesmal für uns vorbereitet hat. Kapitel 13, Deutsch lernen mit Dialogen für Anfänger. Gestern, Konversation, wo warst du? Wo waren sie? Ich bin in London geboren und habe zuerst dort die Schule besucht. Ich war ein guter Schüler. Grammatik, Personalpronomen und Konjugation von sein im Präteritum, sein, ich war, du warst, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie waren. Konversation, was hattest du? Was hatten sie? Ich hatte eine interessante Stelle in meiner Heimat und wir hatten eine schöne Wohnung. Grammatik, Personalpronomen und Konjugation von haben im Präteritum, ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Konversation, was hast du gemacht? Was haben sie gemacht? Ich bin 2012 nach Deutschland gekommen und habe als Verkäufer im Supermarkt angefangen. Grammatik, Personalpronomen und Konjugation von verschiedenen Verben im Perfekt, Beispiele für regelmäßige Verben plus haben, machen, ich habe gemacht, du hast gemacht, er, sie, es hat gemacht, wir haben gemacht, ihr habt gemacht, sie haben gemacht. Anfangen, ich habe angefangen, du hast angefangen, er, sie, es hat angefangen, wir haben angefangen, ihr habt angefangen, sie haben angefangen. Beispiele für unregelmäßige Verben, beginnen, ich habe begonnen, du hast begonnen, er, sie, es hat begonnen, wir haben begonnen, ihr habt begonnen, sie haben begonnen. Beispiele für Verben sein, fahren, ich bin gefahren, du bist gefahren, er, sie, es ist gefahren, wir sind gefahren, ihr seid gefahren, sie sind gefahren. Beispiele für Verben sein, kommen, kommen, ich bin gekommen, du bist gekommen, er, sie, es ist gekommen, wir sind gekommen, ihr seid gekommen, sie sind gekommen.